Hi, meine Lieben, mein Name ist Mitt Welsch. Einige von euch kennen mich vielleicht aus German Angst, ein Horrorfilm. Und wo wir gerade beim Thema sind, ich möchte euch eine Horrorfilm-Nacht ans Herz legen in Wolfsburg, im Delfiner. Jeden Freitag oder am Freitag, den 13. komm rein, das ist fantastisch. Ein super Grusel Spaß, garantiert und nichts für schwache Nerven. Ich bin ein Delfiner. Ich bin ein Delfiner. Ich bin ein Delfiner. Ich bin ein Delfiner. Boom!